Unfassbar. Ein massiver Skandal, um mutmaßlich gefälschte Kriminalstatistiken erschüttert das Bundesinnenministerium unter Leitung von Innenministerin Faeser. Berichten zufolge sollen Kriminalstatistiken geändert worden sein, um politisch motiviert den rechten Extremismus als Hauptquelle antisemitischer Straftaten in Deutschland darzustellen. Es wird behauptet, dass diese Anpassungen vorgenommen wurden, um insbesondere der Partei AfD zu schaden. Es wurde enthüllt, dass antisemitische Straftaten bisher grundsätzlich dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet wurden. Es sei denn, es gab klare Hinweise auf andere Motive. Diese Vorgehensweise stammt aus einer Vereinbarung zwischen dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge plant das Bundesinnenministerium nun, antisemitische Straftaten differenzierter zu erfassen und sie nicht automatisch dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Die Diskrepanz in den Statistiken wird durch die Zahlen für 2022 deutlich. Von den aufgeführten Straftaten waren nur 105 nachweislich auf ausländische oder religiöse Ideologien zurückzuführen, während 2185 Straftaten dem rechtsextremen Bereich zugeschrieben wurden. Es wird außerdem kritisiert, dass Innenministerin Faeser diese Statistiken möglicherweise im Wahlkampf in Hessen genutzt hat, indem sie als SPD-Spitzenkandidatin antrat. Die Ministerin hat angeblich auf die angepassten Statistiken hingewiesen, um ein starkes Signal gegen rechts zu senden. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass diese Vorgehensweise bei der Zuordnung von Straftaten bereits seit 2017 bekannt war, jedoch keine Maßnahmen ergriffen wurden, um die Statistiken zu korrigieren. Die Öffentlichkeit und Medien fordern eine transparente Aufklärung des Vorfalls. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen diese Enthüllungen für das Bundesinnenministerium und die beteiligten Personen haben werden.